Come together, right now, over me. Es war ein wirklich sehr interessanter, großartiger Tag. Man hat sich ganz, ganz viele Impulse mitnehmen können, in jede Richtung. Es wurden die Themen aus ganz vielen Richtungen beleuchtet und das war sehr, sehr interessant. Also ich kann ganz viel mit nach Hause nehmen. Für mich persönlich, und das ist mir ganz, ganz wichtig, es muss eine Wahlfreiheit geben und ich finde, es sollte niemandem aufgedrückt werden, wie er sie zu leben hat. In meinem Fall ist es so, das ist ganz, ganz wichtig, viel zu sagen, dass der Beruf der Hausverboter auch eine Anerkennung erfahren muss. Da geht es einfach nur um die gesellschaftliche Wertschätzung, um das Gesehenwerden. Da geht es einfach nur um die 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 Gesehenwerden. Vielen Dank.